Ich bin heute mal draußen, nicht ohne Grund, denn die Akku- und Solartechnik hat in den letzten Jahren riesige Sprünge gemacht. Das merkt man nicht nur an Elektroautos, sondern auch an den Möglichkeiten, die Powerbanks mittlerweile bieten, wie ich euch ja in dem Video vor einer Weile schon mal gezeigt habe. Heute geht es aber um eine Powerbank der ganz anderen Art. Mit der Powerbank hier hinter mir kann man theoretisch 20 Mal das MacBook komplett vollladen, 170 Mal ein iPhone vollladen, aber das sind noch eher die weniger interessanten Dinge. Viel praktischer ist das Ganze eben dort, wo man kein Stromnetz hat, sei es Outdoor bei Fotoshootings, Videoshootings, beim Campen auf einem Boot oder beim Fußballschauen mit den Jungs auf dem Sportplatz. Früher hatte man das mit einem Benzin- oder Dieselaggregat gemacht, heute macht man das im besten Fall mit einem sogenannten Solargenerator, also eine riesige Powerbank zum Mitnehmen, die sich auch noch über die Sonne aufladen lässt. Das hier ist das Anker Powerhouse 767 bzw. der Solargenerator 767. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin's David, ihr schaut DIVISION und Film ab. Wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, denkt an Like, Abo und Druck auf die Glocke und schaut natürlich auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. So ein Teil gehört jetzt sicher nicht zur Standardausstattung eines Fotografen oder Filmemachers, aber diese Powerstations sind so vielseitig, dass sich das für den einen oder anderen lohnen könnte, gerade wenn man Use Cases hat, wo man die Vorteile im professionellen Alltag als auch die Vorteile im privaten Outdoor-Alltag miteinander verbinden kann. Aber ich zeige euch mal, was ich damit meine. Das Powerhouse selbst sieht erstmal wirklich schick und hochwertig aus, ist aber alles andere als klein oder leicht. Das Ding wiegt rund 30 kg. Ja, 30 kg, deshalb hat es auch Räder und Griffe an den Seiten und diese ausfahrbare, kofferähnliche Ziehhilfe. Im Vergleich zu einem kleinen Diesel- oder Benzingenerator ist das aber trotzdem kleiner und leichter und so ein Generator hat eben nur und ausschließlich 230 Volt Wechselstrom. Das Powerhouse natürlich nicht. Ach ja, günstig ist der Spaß natürlich auch nicht, aber darüber sprechen wir am Ende nochmal, okay? Zumindest gibt es von Anker eigentlich immer und ständig irgendwelche Rabattaktionen für Bundles mit dem Powerhouse oder Solargenerator, wie jetzt gerade auch zum Earth Day bzw. Earth Man. Es gibt an dem Ding dreimal USB-C mit jeweils 100 Watt Ausgangsleistung pro Anschluss, also kombiniert 300 Watt für Smartphone, für Laptop, für Drohnen-Akkus, Drohnen-Fernsteuerung, Kamera-Akkus, eben alles, was man über USB-C aufladen kann. Noch dazu auch noch zweimal USB-A für Kleinkram und eben alles andere, was man auch noch über USB laden will. Und 12 Volt KFZ-Stecker dürfen natürlich auch nicht fehlen. Praktisch, da vieles an Camping-Zubehör über 12 Volt Zigarettenanzünder läuft mit Strom versorgt wird, wie zum Beispiel Pumpen für Luftmatratzen oder ähnliches. Und es gibt natürlich auch drei Wechselstrom-Schuko-Steckdosen mit 320 Volt, die zusammen bis zu 2300 Watt an Ausgangsleistung abgeben können. Das reicht, um zum Beispiel sogar Stromfresser wie ein Toaster, ein Wasserkocher oder eine Mikrowelle oder gar elektrische Sägen, Bohrmaschinen, Rasenmäher damit betreiben zu können. Aber natürlich könnt ihr daran auch Netzteile anstecken oder eben alles an normalen Netzstromequipment daran anschließen. Da das Powerhouse 767 auch eine reine Sinuskurve verwendet, bekommt ihr hier, anders als mit Verbrennergeneratoren, auch keine Probleme mit Spannungs- oder Frequenzänderungen bei eurem Equipment. Die Steckdosen und die beiden KFZ-12 Volt-Stecker müssen per Taste erst angeschaltet werden, wohingegen die USB-C-Ausgänge und USB-Ausgänge immer mit Strom versorgt werden. Wenn ein AC-Gerät, also ein Wechselstromgerät, übrigens eine Weile keinen Strom erzielt, werden die Steckdosen wieder abgeschaltet, damit der Inverter im Gerät nicht die ganze Zeit dauerhaft laufen muss, denn das würde auch Stand-by-Strom verbrauchen und das will man ja bei einer quasi Insellösung eben eigentlich nicht. Und zu guter Letzt gibt es noch ein LED-Licht, was man in drei Stufen anschalten kann, direkt an dem Powerhouse. Das kann zum Beispiel sehr praktisch sein abends beim Campen im Zelt oder, oder, oder. Die Stromabgabe erfolgt hier über GAN-Wandler, die besonders effizient sind, um so wenig wie möglich kostbaren Strom zu verschwenden. So wird die Effizienz erhöht, damit die Wärmeabgabe verringert und es bleibt im Endeffekt mehr von eurem gespeicherten Strom erhalten. Aber abgesehen davon, wie der Strom rauskommt, wie kommt er denn rein? Auch dafür gibt es hier natürlich verschiedene Wege, aber wir nehmen am Anfang mal das naheliegendste. Das Ding heißt ja nicht umsonst auch Solargenerator, denn Anker bietet passend zu diesem Powerhouse 767 faltbare 200 Watt Solarpanels an. Die nennen sich Anker 531 und haben ein nettes, kompaktes, wetterfestes und sehr robustes Design. Und interessant an den Dingern ist die Effizienz von 23%, was derzeit so das Beste an Solarwirkungsgrad ist, was man auf dem Markt bekommen kann, auch bei Dachsolaranlagen. Dazu kann man auch noch die Ausrichtung anpassen per Standfuß, um so das Maximum an Solarstrom einfangen zu können. So ist das natürlich super für unterwegs, zum Beispiel beim Camping. Im Prinzip geht aber alles an Solarpanels, die einen XT60 Stecker verwenden und nicht nur eins, sondern bis zu fünf Stück, die dann über so ein T-Stück parallel geschaltet werden können. Maximal können so 1000 Watt per Solar in die Batterien gepackt werden. Der Inverter ist schon drin, die Batterien werden direkt vom Solarstrom geladen und dann per AC-Steckdose, per USB-C, per USB-A und so weiter wieder abgegeben werden. Für das komplette Aufladen über Solarstrom braucht das Powerhouse bei 1000 Watt, also fünf von diesen Panels, zweieinhalb Stunden. Aber auch ganz cool, mit ein paar Adapterkabeln kann man auch ganz normale, fest verbaute Haus-Solarpanels für die Einspeisung ins Powerhouse verwenden. Die Panels haben meist zwei MC4-Stecker und können per Adapter zu XT60 ebenfalls dafür sorgen, das Powerhouse zu laden. Habe ich bei mir im Garten so gemacht, im Keller ein bisschen geladen. Vorteil diese Dinger, die großen haben natürlich viel mehr Leistung. So könnte man zum Beispiel einen auf den Camper oder Wohnmobil fest installiertes Solarpanel für die Aufladung von diesem Powerhouse nutzen. Oder eben, wie bei mir, das eigene Balkonkraftwerk verwenden, um einen Batteriespeicher wie diesen hier eben zu befüllen. Da man das Powerhouse auch noch mit einer zweiten Zusatzbatterie ausstatten kann und die Kapazität so verdoppeln kann, könnte man so Strom für die Nacht speichern und dann wieder nutzen. Ich habe zum Beispiel meine Solarpanels direkt an ein Powerhouse angeschlossen und daran meinen NAS, meinen 10 Gigabit Switch gehängt, zwei meiner größten Standby-Verbraucher im Haus. Das Ganze lief dann so lange autark, bis die Sonne mal ein paar Tage nicht so richtig sich hat blicken lassen. Und da waren immerhin zweimal 380 Watt an Solarpanels angeschlossen. So einfach ist es also gar nicht, etwas komplett off-grid laufen zu lassen, gerade wenn es dauerhaft angeschaltete Verbraucher sind. Aber da hat man ja zum Glück unterwegs eigentlich weniger von. Unterwegs zum Beispiel mit einem Verbrennerfahrzeug kann man das Powerhouse aber auch über 12 Volt Kfz-Steckdose aufladen, quasi während der Fahrt einfach den Strom, der sowieso von der laufenden Lichtmaschine kommt, abzapfen und beim Camping, auf dem Boot oder im Garten oder bei der Arbeit wieder verwenden. Man kann das Powerhouse aber auch ganz einfach klassisch über Netzstrom aus der Steckdose wieder aufladen. Das geht mit bis zu 2300 Watt dann auch ziemlich flott. In etwa 1,5 Stunden sind die 2 Kilowattstunden hinter mir wieder voll. Im Powerhouse stecken übrigens LFP-Akkus, also Lithium, Eisen, Phosphat, vier Akkus der neuesten Generation, die zusammen eben 2048 Wattstunden oder auch 2 Kilowattstunden haben. Die können bis zu 3000 Mal komplett geladen werden und Anker gibt darauf 5 Jahre Garantie. Die Lebensdauer wird sogar mit 10 Jahren angegeben. Um diese Lebensdauer zu erreichen, kann das Powerhouse die Batterien im perfekten Temperaturfenster halten, so dass sie beim Laden zum Beispiel nicht zu warm werden. Anker nennt das dann im Marketing InfiniPower, da so und durch das sturzsichere Design eine lange Lebensdauer gewährleistet werden soll. Als kleiner Vergleich ein iPhone 4 hat so um die 12 Wattstunden ein MacBook Pro 99 Wattstunden. Hier drin stecken also 2048 Wattstunden an Kapazität. Also etwas, was 1 Watt verbraucht, kann 2000 Stunden betrieben werden oder was, was 2000 Watt verbraucht, für eine Stunde. Reicht diese Kapazität nicht, gibt es auch noch das Erweiterungs-Akkupack, wie gerade schon gesagt, mit der man die Kapazität des Powerhouses quasi verdoppeln kann und einfach per Kabel oben angesteckt drauf gelagert werden kann. Aber was könnte man damit so alles machen? Naja, alles womit man eben, wofür man eben Strom braucht, kann man so machen. Nur eben überall dort, wo man eben sonst kein Stromnetz hat. Vorausgesetzt, man kommt da irgendwie auch mit dem Powerhouse und seinen Rädern oder hingetragen hin. Ich habe zum Beispiel Outdoor und komplett Off-Grid. Ganz einfach auf einem Parkdeck einen 450 Watt Videoscheinwerfer ans Powerhouse angeschlossen. Muss auch nicht bei einem bleiben. Ihr könntet damit als Beleuchter oder One-Man-Show eine Outdoor-Szene komplett ausleuchten, in der es keinen Netzstrom gibt. Und das Beste, ihr braucht dafür keinen lauten Diesel- oder Benzingenerator, den ihr dann am besten mit einer übelst langen Verlängerungsschnur irgendwo hinstellt, damit er euer Audio nicht stört. Denn das Powerhouse ist flüsterleise. Selbst wenn der Lüfter mal anspringt, ist das meistens beim Aufladen und dann trotzdem auch sehr leise. Wo ich mir so einen Teil aber bisher am meisten gewünscht hätte, waren die Campingtrips mit Micha. 2019 in Island wäre das Teil im Kofferraum absoluter Life-Changer, Game-Changer gewesen. Wir konnten nämlich sonst immer alles, was wir hatten, nur dann laden, wenn wir gefahren sind vom 12-Volt-Stecker oder wenn wir irgendwo gegessen haben und es zusätzliche Steckdosen gab oder wenn wir mal auf einem Campingplatz waren. Das Auto war ja nur ein SUV mit Dachzelt, ohne irgendwelche Campingstromversorgung und Extra-Ausstattung. Und auch 2020 mit dem Roadsurfer durch Bayern hätte das einiges an Kopfschmerzen erspart. Der Camper-Bully, der hat zwar eine extra Batterie für die vorhandenen 230-Volt-Steckdosen, aber wirklich groß ist die nicht und wirklich viel Leistung kann die auch nicht abgeben. So ein Teil hier im Camper und das Campingleben, das ist für jemanden mit viel Technik deutlich leichter. Wir wollen jetzt im Sommer einen kleinen Campingtrip durch die Dolomiten machen und da kommt das Teil dann natürlich auch mit und versorgt uns mit Strom. Aber wie vorhin schon gesagt, auch im Garten kann das super praktisch sein. Oder beim Fußball, denn wir haben früher öfters mal zusammen WM- oder EM-Spiele auf unserem Fußballplatz geschaut, aber dort gab es eben auch keinen Stromanschluss für Beamer oder Laptop. Also musste ich immer einen Generator ausleihen, mitbringen, anschließen und los ging's. Ich kenne Motocross-Strecken, die keinen eigenen Stromanschluss haben, aber auf denen im Sommer einige Rennen ausgerichtet werden. Gerade wenn die Sonne scheint, lädt sich das Ding quasi fast schneller, als man's leer bekommt mit kleiner Verbrauchtechnik. Oder eben auch als USV. Ja, das geht auch. Einfach zwischen Steckdose und das Gerät gesteckt, was ihr dauerhaft betreiben wollt. Und solange Netzstrom anliegt und der Akku voll ist, wird der Netzstrom durchgereicht. Fällt der Strom aus oder die Sicherung knallt raus, schaltet das Powerhouse innerhalb von 20 Millisekunden auf den Batteriestrom um und man kann ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Habe ich selbst schon an meinem Schreibtisch probiert, auch wenn hier eigentlich nie der Strom ausfällt. Was mir aber im Vergleich zu einer richtigen USV fehlt, ist leider der Support fürs Endgerät. Eine richtige USV, wie ich sie zum Beispiel an meinem NAS habe, die wird per USB-Kabel mit dem PC bzw. NAS verbunden und sobald der Strom ausfällt, wird das Gerät sicher heruntergefährt. Das geht hier natürlich nicht, dafür ist der Akku aber eben deutlich massiv größer, als bei einer gängigen kleinen USV, wie ich sie eben betreibe. Das Display da vorne dran zeigt euch alles an, was wichtig ist. Zum Beispiel mit wie viel Watt gerade geladen wird. Wie lange das Ding braucht, um so vollständig aufgeladen zu werden. Oder eben wenn Verbraucher angeschlossen sind, zeigt das Display an, wie viel Laufzeit man mit der aktuellen Last dennoch erwarten kann, bis das Ding quasi leer ist. Und der Füllstand, der wird natürlich auch angezeigt. Aber um das zu überwachen, muss man nicht unbedingt auf das Display da vorne schauen, denn das ganze Powerhouse lässt sich auch per Bluetooth übers Handy überwachen und steuern. Dafür gibt es hier vorne so einen kleinen Knopf, damit Bluetooth aktiviert wird. Will man ja nicht die ganze Zeit anhaben und die ganze Zeit einen Standby-Stromverbrauch haben und so weiter und so fort. Und die App lässt euch dann zum Beispiel auch checken, wie viel Strom gerade über die Sonne generiert und eingespeichert wird oder wie viel eure Geräte jeweils pro Anschluss verbrauchen oder eben wie lange die Powerstation damit noch durchhält. Ja, das kann schon ein bisschen süchtig machen, da immer drauf zu schauen, wie viel kostbaren Strom, Solarstrom man jetzt gerade über die Panels generiert. Aber apropos Kosten. So ein Teil ist eben auch nicht gerade günstig. Ne, das ist eigentlich die falsche Beschreibung, denn das Ding ist echt extrem teuer. Ziemlich teuer. Das Powerhouse 767 kostet mit diesen 2048 Wattstunden Kapazität schlappe 2500 Euro. Wenn es nicht gerade irgendwie im Angebot ist. Das Gute ist aber, meistens ist das Ding doch irgendwie im Angebot und wird dann in irgendwelchen Paketen, die ihr bei Anker direkt im Shop oder bei Amazon findet, angeboten. Momentan bekommt man 300 Euro Rabatt auf das Powerhouse selbst und eine 100 Euro Geschenkkarte dazu. Mit einem Solarpanel, was da hinten steht, gibt es auf das Ganze dann einen 3000 Euro Preis, nochmal 300 Euro Rabatt und eine 200 Euro Geschenkkarte. Und mit dem Solargenerator Bundle mit zwei dieser Solarpanels bekommt man 500 Euro Rabatt und eine 200 Euro Geschenkkarte. Effektiv liegt man dann zurzeit mit zwei dieser Solarpanels fast beim Preis vom Powerhouse ohne irgendwelche Rabatte alleine. Verglichen mit anderen solcher Powerstations liegt der Preis für das Gebotene im Rahmen, ist aber schon recht hoch angeordnet. Man sollte sich also das ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, ob man das eben wirklich braucht und ob es auch die ganz große sein muss. Es gibt nämlich auch kleinere Ausführungen mit weniger Kapazität. Die 767 hier ist aber eben die kompromisslöseste Lösung von Anker und das sind in der Regel eben auch die teuersten. Ich hatte mir zum Beispiel persönlich letztes Jahr zum Black Friday als Angebot eine kleine Anker 535 Powerstation für den Garten und für unterwegs beim Camping, bei Ausflügen gekauft. Die hat nur 500 Wattstunden, kostet aber eben auch deutlich weniger. Die Solarpanels von Anker würde ich dagegen wirklich nur kaufen, wenn es ein ordentliches Angebot für ein Paket gibt, denn die sind sonst alleine mit 500 bis 600 Euro enorm kostspielig, aber auch ziemlich gut nutzbar durch die dreistufige Neigung und haben eben eine super Effizienz von 23%. Aber trotzdem gibt es da bestimmt auch günstigere Lösungen. Wie schon gesagt, wenn es nicht mobil sein soll, kommt ein handelsübliches Solarpanel für die Dachmontage oder Balkonkraftwerkmontage auf ca. doppelte Leistung beim halben Preis. Ja, und da man auch den Strom hier eben aus der Sonne generieren kann, hat das natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Und verglichen mit einem Verbrennergenerator kann man so einiges an CO2 sparen. Dabei ist natürlich die Produktion der Geräte und der Batterien noch nicht mit einkalkuliert. Das muss man immer bedenken, ist aber eben bei einem Diesel- oder Benzingenerator auch nicht anders. Links zu dem Powerhouse 767, den Solarpanels und natürlich auch den Bundles als Solargenerator mit den entsprechenden Rabattcodes findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dann über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal hier und sorgt so damit dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Denn durch Einkäufe über diese Links verdiene ich eine kleine Provision bei den Shops, in denen ihr kauft. Aber das kostet für euch nichts. Aber sagt mir auch gerne mal, was ihr vom Thema Solarstrom, Solargeneratoren, Batteriespeicher, Powerstation und so weiter haltet. Ich weiß, das ist eine recht kleine Nische, aber ich als technisch interessierter Nerd bin da in so einen kleinen Sog gelandet und wollte mir dann immer mehr Wissen aufsaugen, ausprobieren und so weiter und so fort. Schreibt gerne eure Meinung dazu mal da unten in die Kommentare oder schaut mal auf dem Discord-Server vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like unter dem Video freuen. Lasst gerne euer Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Hier, hier neben mir, gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch gerne im Anschluss anschauen könnt. Und ansonsten sage ich dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.